Schmock und kein dann spielst du Karstl Alex okay ja okay warum sagst du oh 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 Martin ich sehe schon alles entspannt es wird funny Jungs der ist fucking hoch alter es ist actually funny der ist fucking hoch der ist so viel fünfter der Champion Platz 82 okay das wird spannend ich war mal Platz 200 aber jetzt bin ich noch Platz 700 also er ist höher als ich ach Level 368 ja moin Jungs das wird spannend lustig ich schau mal ob alle bei denen drin sind weil ich war nicht der Jungs macht's alle bitte bereit Platin 1 Platin 1 Champion Diamond Platin 1 okay wir haben unranked Platin 3 Gold 1 okay die haben kein Respekt vor uns okay ich kann starten oder? ganz klar let's go komm Jungs pusht euch gut ich hätte einfach mit einer Schottgarten irgendwo die Städte das war mir um die Kälte nicht haben es nicht die Schöpfung und komm schon auch klippt der jene hat nen Ping von 240, das ist schon mal reportable, wenn das so bleibt mach wollen wir jetzt schon mal ein Foto machen? ich hab schon mal ein Screenshot gemacht, ja es geht aber, es versteht, das darf man nur in der Action-Face, gell? ja, ja, ich war schon, egal egal ich glaub Fabi Martin hat die Regeln geschrieben, weil er alle auswendig kann, gefühlt true nicht wahr, Martin? ich hab nur alle gelesen, nur zu Unterschiede ja, ja, egal, ich würd die nie alle lesen, freiwillig was ich mach mit dem Kind hätt, ich würd einfach mal im Kind, die sind so, dass ich sag, lese mal vor lecker er kann auch nicht lesen, er kann mir auch nix vorlesen ja also ich komm mit dem 4, ich hab schon Weltraumbereits was BandiMD fand vielleicht n Puls? ja, safe gute Pulsspieler sind abwag fink na, war n guter Pulsspieler in unserem Team, nicht wahr Martin schütteln wer hat auch so nicht gar nicht da man kann man jetzt nur noch ein Grund Prozent auf die Erechte und ich bin ich bin mir oder wer aber ich spiele ich so man kriegst wurde jeder BDG sie lebt bitte 8 und ich dachte ich schon, du nimmst wieder Aurex er hätte das Sex für machen können ja, er ist trotzdem unangenehm, Digga ja, aber dann hätten wir ein Dings gehabt so war ich jetzt langsam das Laber ein bisschen reduzieren und wichtige Calls es geht vor allem an einen du bist ja schon ruhig, dann Aurex hehehe du musst die eine Standardbau aufmachen mit deiner Impact Meister, gell mach zuerst die restliche Arbeit oh, das ist aber toll Jungs, die Wände aufbaut, ok, ist in der Standardbau und Maestro, kannst du das Miro-Fenster zu Sieg ausspielen? die, ähm, im Nordwesten da wo du gerade hinnst, über die, ja Nordbesten Aha Was ist da hin? Take down the white Ja, da bin ich Was ist die red one? Strobe, hast du das? Ne, red one Wo sind die Hedges? Ich hab zwei Marken für Hedges Und Cigar Drop So ein Piano Na, trau nicht durch Preacher white 10 in 3 Red F**k, ich wollte nicht peepen Rafa, jetzt nicht Du campst Du campst und komm Einer ist New Hedge New Hedge New Hedge tot Es kommt jetzt noch einer Richtung New Hedge Die sind da im Cigar Shop Ja Die sind da im Cigar Shop Drei Leute Noch eine Pique New Hedge Achso Drei Leute, Cigar Shop Haben jetzt die meisten vercampen Das kann sie wieder scannt Verwurrigen, danke Drei Leute Ich bin da im Cigar Shop Ich bin da im Cigar Shop Ist in, Kigar ist in, die Fieser Dort Stark Sehr stark Ich bin da im Cigar Shop there´s DO 1 shop mountain Martin, wieder stock Äh drüben zäger shop Was willst du jetzt sehen? Er isst weg, er isst die weg, alter Er isst die weg, er isst die weg, alter Richtig strong Nebenbei Er ist ein Kind am Beruhigen Er isst die weg, alter Martin, du bist dein fucking Gott Junge Ich würde sagen, äh Dings Martin, eh, sie drinnen Martin, ist der neue Alex, Mira, Lül Lül So, wie geht? Philips, right, 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 shield Philips, just say Piti, du bist muted, just say Sag ich nicht, dass du es jetzt drauf gekommen bist Ach nö Philips, auch nö Muss ich die Rotation in Bakery machen Muss ich die Rotation in Bakery machen? Ne Äh, zu Äh, zu Äh, zu Äh, zu